Hallo zusammen, mein Name ist Jean-Marc König von Paperfly und ich freue mich auf den Vortrag bei der Online-Fokus-Konferenz Marketing. Bei mir geht es darum, wie man von Digital Asset Management in die neue Welt als Brand Activation Management rüberkommen kann, um eben seine Marke noch stärker global zu aktivieren und ich werde in ein paar Beispielen von Marken wie Unilever und Rabobank zum Beispiel zeigen, wie die das geschafft haben, diesen Schritt zu gehen, um ihre Marke noch stärker zu aktivieren und freue mich drauf, das mit euch gemeinsam durchzugehen und da in den Dialog zu kommen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020